Boah, Junge, Alter. Es ist echt nicht normal. Was ist hier heute los? Ah, ich hab jetzt einen Revolver. Kommt mal her. Junge, ich knall die jetzt ab. Kommt mal her. Dann wissen die Oreck, was hier Sache ist. Wenn einmal der Revolver knallt, der wird bestimmt richtig laut sein. Komm mal her. Junge. Was für eine Entfernung, Junge. Ist ja schon fast wie ein Snipergewehr.